Fühlt das raus und sei komplett ehrlich! für die schule tun ich will hier mal dass das dokument aus ich habe hier ich mache biokratie wird langweilig also ja dann fürs zuschauen bis nachher vielleicht genau eine welle live und sich fragen zwei jahren kurz haben was war so geschäftsreise und sind sie jetzt oder waren sie jemals mitglied der piratenpartei nein aber schön dass sie hier vorkommt haben sie frage vier angekürzt und nicht frage sechs ich werde weder 27 noch 28 beantworten ok fühlen sie großes viel mit sich mehr tragen sie mehr als zehn oder weniger als drei bananen mit sich allein haben sie sieben nicht angekreuzt haben sie nicht zwei angekreuzt weder weder noch waren sie im winter noch nie auf dem oder wie viele bäume fällt ein bieber so im jahr haben wir die woods ja haben sie noch nie ein verkleidung getragen oder verwendet ist die antwort auf 13 und 9 eine lüge tragen sie keine elementen bei sich doch ich trage bei mir wenn sie frage eins angekreuzt haben prüfen sie ja frage eins angekreuzt ja frage eins angekreuzt von 29 habe ich überprüft ähm man sieht man dass ein unbezahlter auf de facto zerstört und sind damit davon gekommen ich bin gerade dabei ein 12 von mona ausfüllen ja ich denke also bin ich äh ne will ich nicht unterstützen der nordstern ist im süden bezweifle ich ich kann bestätigen dass ich frage 11 falsch beantwortet habe sieben nicht angekreuzt ne das habe ich richtig beantwortet ich führe keine quizkarten mit ich frage zwei drei fünf sieben sind und elf sind primzahlen keine ahnung ich bin schlicht der matze sie haben wahrscheinlich sie haben meine ungerade zahl von fragen also also eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf zwölf ich kann gerade nicht denken die stimmung die island gerade war doch das ist jetzt damit ich mich wieder ich habe meine gerade anzufangen hat und gerade und unten gerade ich bin wirklich schlechte mathe und ich dachte das machen weiter machen muss ich würde sagen und in dem sinne dann gerade kurz dass sie nicht an kürzen sie an die frage 25 nicht angekreuzt haben kreuzen sieht das nicht an wenn ich frage 25 nicht angekreuzt haben ich schwöre feil ich habe stetig dass diese fragen wahrheitsgemäß beantwortet habe ich habe auch schief was wir haben ein problem auf das start we don't allow high rates on bermuda i'm going to have to request that you leave these waters immediately Kann es mir helfen, wenn ich einen wunderschönen Piraten finde? Nein. Bleib zurück! Ich konnte dich sehen! Wie hast du mich gefunden? Ich habe gerade überrascht und hier warst du? Wer bist du? Ich bin Guybrush Threepwood, wunderschöner Piraten. Bist du allein? Nein, ich bin glücklich vererwartet. Äh... Obnoxious talking skull count? Nein. Dann ja, ich bin allein. Ich habe das gehört. Ich bin Ned Filigree, Accountant. Ich will nicht, dass du wunderschöner bist. Es ist nur, dass ich in Höhe bin. Äh... Vor wem hast du Angst? Bist du ziemlich gut in Mathe. Ich bin auf der Suche nach dem geheimsten Monkey Island. Ich werde den seit ein bisschen erkunden. Ich bin auf der Suche, um das Geheimste des Monkey Island zu retten. Das ist ein guter Name. Ich habe gehört, das Geheimste ist ein ein-einander-intangible. Das bedeutet, dass du es auf jeden Fall gewinnen möchtest. Auch, weil es sehr alt ist, kannst du eine Menge Anerkennung erwähnen. Warte, du willst mir sagen, dass ich die Taxe auf den Geheimste? Nicht, wenn du es so wunderschönern. Wer ist das, was du Angst hast? Na, hast du gehört von Stan S. Stanman? Der Name ist so familiar. Danke, dass ihn auf Bermuda verlassen. Er wird auf dem Eis in den Quarren für lange, lange Zeit. Ich kann mich nicht helfen, aber ich bin nervös. Aber eigentlich, das habe ich schon seit Jahren gekriegt, bevor ich es wirklich muss. Warum bist du Angst von Stan? Er hat mich immer ziemlich harmlos gefühlt. Außer ökonomisch. Natürlich, aber du kannst nie wissen, was jemand wie Stan machen. Er hat kein Moral-Zentrum. Wie gesagt, ich bin glücklich, dass er in den Bermuda-Karren für eine gute, lange Zeit ist. Aha, da holen wir doch aus. Du musst gut in der Mathe sein. Ich bin eine kreative Erkrankerin. Mathe ist nicht wirklich in das. Du bist gut? Ah ja. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wo ich wohne. Ich habe nur ein paar Ausgaben gehabt. Das ist alles, was ich jetzt anbauen kann. Aber es ist zeitig. Ich werde ein bisschen die Isländer exploren. Höh, wir sind Krabben. Höh, wir sind Krabben. Easy, Ned. Er ist nicht Krabben. Nice Leidenschaft von dir. Wo ist die andere Hälfte? Keine Kommentare. Kann ich die Bildung haben? Nein, das wäre wunderschön. Oh, eine Quizkarte. Nice. Er ist in Krabben. Nehmen Sie. Skobot, auch bekannt als Skobotus. Oder Hypo... ... 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 Die Krankheit, deren Symptome Schwäche, Müdigkeit und Schmerzen in Gegmaßen sind. Die zur Blutung der Schleimhäuser, Zahnfleisch-Erkrankung, Heilungsstörungen und schließlich zum Tod führen. Wissenschaftliche Untersuchungen deuten darauf hin, dass Skobot auf einen Mangel an Ascorbinsäure zurückzuführen ist. Der eine entscheidende Rolle bei der Collagen-Synthese spielt. Eine empfohlen Behandlung besteht darin, den Gehälter an essenziellen Nährstoffen durch den Verzehr von Limetten zu ergänzen. Bitte entgreifen Sie die empfohlen Maßnahmen zum Gehörsicherheit. Außerdem sollten die Bürger wissen, dass Hypo... ... 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 Ich bin weg. Es ist grundsätzlich Papierwerk. Ist das eine Zähne? Oh, nein. Oh, warte. Es ist ein Segel. Jahre und Jahre und Jahre. Erinnere dich das. Pflanzenquartäne mit Quarantäne Schiffe erhalten. Aha. Okay, ich würde mal sagen, auf nach Terror Island. Was kann da schon schief gehen? Der Schildeser. Der Schildeser wartet für alle, die entkommen. Ich würde zurückkehren, wenn ich Sie gewesen wäre. Das ist empfällig. Ja, ich könnte etwas catchen. Oder etwas kann mich catchen. Im dunklen, verworrenen Wald strotzen. Okay. Hier soll es Entschlüsse geben, also... So eine schleimige Kurze. Gibt es hier sehr viel zu sehen. Unglücklicher Ort. Ich bin sicher, dass ich ein stärkeres Überzeuger bin und nichts zu überraschen habe. Ich werde einfach immer sagen, dass ich mir das erzähle. Dieses Ort gibt mir diese schuldige Gefühl. Ich würde lieber weiter gehen. weiter gehen. Ah, ja. Ein bizarrer Heim. Nicht viel los hier. Ich bin sicher. Ich bin sicher, dass ich wissen will, was hier passiert ist. Ich bin sicher, dass ich hier passiert will. Gehe mir das nicht. Es sieht wie ein anderer schuldige Pirate, der ein schuldiger Geist hat. Ech. Dieses Ort gibt mir die Überzeugung. Es ist eine alte Öl-Lampe mit einer kleinen Blöcke in der Mitte. Ech. Es sieht aus wie er die falsche Person hat. Was mich wirklich beeinflusst ist... Es ist nicht lit, aber es hat etwas Lamp-Oil in es. Es ist nicht so etwas wie ein Mensch, die eine Muschrome zu essen, oder? Es ist lockt. Hm. Der Schlüssel geht nicht. Ich glaube, wie kriegen wir es jetzt auf mit einem Messer? Aha. X, Y, Z, Z, Y. Der Schlüssel ist nicht fit. Hm. Vielleicht können wir... ...eine Zahlung suchen. The serial numbers have long since rusted away. Schade. Ähm... Ich habe die Schule geklappt, den Tag, wie sie Lockpicking haben. Der Schlüssel ist nicht fit. Hm. Ein paar A da reinstecken. Ja, wie kommen wir sonst da rein? Wenn irgendwie die Tränen so wieder geschrieben wird. Ich wünschte es von Terror Island zu kriegen. Hm. Wie kommen wir da jetzt durch? Wer hat denn Monkey Island 2 einen Glasboden los? Stan Captain Dread, Graebusch, Kate Capsize. Uh, entweder Captain Dread oder Kate Capsize. Ich weiß... Ich weiß nicht. Ich würde sagen... Verdammt! Ich habe bisher sehr viele falsch beantwortet. Ich bin schlecht da dran. Ja, hier kommen wir aber erstmal nicht weiter. Würde ich sagen... Wir finden hier irgendwo einen Schlüssel. Es gibt keine solche Sache als ein Mann, die ein Muschrom. Genau? Den Schlüssel... Die Seriennummer konnten wir da auch nicht rausfinden. Ah ja... Wir suchen uns da mal hier. Um nach vorne zu gehen, musst du eine Declarationsform ausfüllen. Name? Guybrush Threakwood, Esquire. Fülle das ausfüllen und sei komplett ehrlich. Ah ja... Ich bin kein Pirat. Ähm... Wie war das nochmal? Leibniz trage ich bei mir. Ich war nicht mit dir der Piratenpartei, ähm... Der Pirat 4 angekürzt. Nein. Weder 27 noch 22. Oh, da haben wir es nicht dran gehalten. Ähm... Ich bin zu groß viel, mit 307 jetzt. Mal 7 nicht angekürzt. Ähm... Ich habe die Antwort auf 13,9 meine Lüge, haben wir nicht angekürzt, haben die Wetten bei sich. Wenn Sie die Frage 1 angekürzt haben, prüfen Sie sich auf Frage 29 angekürzt haben, habe ich nicht. Ich bin kein mächtiger Pirat. Ähm, prüfen Sie das an, wenn Sie vorhanden zurückliegten, gepürzt haben. So, und weiter. All right, let's see, how you've done. Hm, gute Antwort. Interessant, dass Sie das one checken. Gute Pen und Schiff. Okay, das sieht in Ordnung. Herr, Sie können mit vollem Verkürzung der Bermuda-Bermuda-Abteilung gehen. Das zweite Mal hat es geklappt. Auf einer Bermuda. Ich finde auch irgendwann heraus, wie wir den... mit dem Mist auf... auf der... den Schlüssel auf der... der Fluchten in Sie kriegen. Es riecht furchtbar. Eine Bermuda, die zu der Brim mit roten Fischbönen. Es ist unglaublich, dass sie in diesem Wetter bleiben. Ich stehe weit weg von diesem. Es ist eine sehr regal-schöne Eis-Skulptur. Ein König aus dem König-Klaus-Skulptur. Der Schild. Es sagt, Korkhaus der Bermuda. Äh, Gerichtsgebäude, will ich es nicht unbedingt betreten. Das Rathaus. Sie sind geflogen. Vielleicht komme ich später. Ah, ja. Da müssen wir wohl mal ins Gerichtsgebäude... G hoben, grijen, repräs Yepliv. Eure Erden. Ehren. Leeren. Ehren, ehren. Ehren. I am going to decide you for contempt from court... for not asking permission to approach the bench. Ich bitte dehmütig... Ich bitte dehmütig um Entschuldigung. Darf ich an den Richterstrechen treten. Seid ihr ein Gewitter oder ein ernanther Beamter? Also kenne ich euch nicht von der Razzia am 19. Berthengard Ich entschuldig entschuldige. Kann ich die Bench hervorheben? Du kannst die Bench hervorheben. Die Kürtel ist jetzt in Session. Judge Planck präsidiert. Wie pflegen Sie? Innocent Im Vergreper wurde die Wahl für Mitschuldig befunden. Das Verfahren wurde eingestellt, als der Zeuge wegen der Plakatfälschung nicht auftauchte. Ich habe das Furt nie in die Luft gejagt und es wurden auch keine Schießbewerksstände gefunden. Ich wurde reingelegt. Wegen der缺nen Wahrnehmung haben sich alle Kürtel gejagt. Ordner! Ordner in der Kürtel! Schmerz auf der Galerie, oder es werden Arresten. Was hat euer Ehren falsch gemacht, um diese Erinnerung zu halten? Bei Ehren müsst ihr eure Probe selbst kaufen. Ich habe schon erwähnt, dass ich auf der Zoom-Kürtel nach dem gejahres Mal geändert bin. Ich habe keine Angelegenheiten mit dem Gericht bei Ehren. Habe ich erwähnt, dass ich das Geheimnis für das Geheimnis von Monkey Island schaue? Bis es sich vor dem Geheimnis zu sein wird, ist es kein Interesse zu sein. Obwohl ich mich auch noch ein Fall erinnern habe, wo das Geheimnis zu sein war, dass das Geheimnis zu sein war und ein Scham, um die Computergames zu verkaufen. Ich glaube, dass das für eine substanzielle Summe zu verkaufen wird. Was hat euer Ehren falsch gemacht, um diese Erinnerung zu bekommen? Ich habe nie eine Supremskurtsjustiz in Kribbage gebetet. Euer Ehren, müssen Sie Ihre eigene Räume kaufen? Oder sind sie in der Kürtel gebetet? Ordner! Ordner in der Kürtel! Wenn ich nicht Ordner bekomme, werde ich die Kürtel klären! Das ist alles, euer Ehren. Die Kürtel ist fertig. Das ist alles, euer Ehren. Der Kürtel ist fertig. Fantastisch. Dosti. Ich kann die Kürtel kommen, euer Ehren. Du kannst die Kürtel kommen. Der Kürtel ist jetzt in der Session. Judge Plank präsidiert. Ah ja. Ich habe kein Geschäft mit dem Kürtel, euer Ehren. Der Kürtel ist fertig. Lassen wir ihn weiter Richter spielen. Die Kürtel kommen wir da rein. Zumindest sind die Kürtel. Das ist das Witzzentrum. Das Rathaus hat geschlossen. Zum Eissschloss. Zum Eisssteinbruch. Aha, wen haben wir hier? Hi, hat irgendwelche Chance, dass ich mich in den Kürtel kommen könnte? Nicht viele versuchen hier zu kommen. Nur weg. Was ist der Grund für eure Zeit? Ich hatte auf eine Führung gehofft. Ich möchte jemanden besuchen. Ich bin ein Ace-Händler und untersuche die Bezugsmöglichkeiten. Ich würde gerne einen Gefangenein befreien. Ich hoffe für eine Tour. Wir geben hier nicht Tour. Die unendliche Leute, die in der Mitte sind die Gefangenen. Und ich glaube auch die Gefangenen, die Gefangenen. Aber niemand macht das. Ich würde gerne einen Gefangenen besuchen, bitte. Wir haben eine Bezugsmöglichkeit, aber es ist ziemlich straight. Wer sind Sie hier zu sehen? Stan. Wir haben einen Stan. Ich bin ein bisschen überrascht, dass er einen Bezug haben. Kannst du prüfen, dass du ihn kennst? Ich kann ihn beschreiben. Ein wilder Jacket. Er kann nie stoppen, seine Arme. Oder seine Lippe. Das klingt wie er. Aber ich sollte ein paar physische Beweise sehen. einfach bringe ich etwas, was zeigt, dass du mit einem beiden in eine Raum zusammen warst. So kann ich sagen, dass ich an meinem Daumen... dass ich das Geschäft hatte. Ah ja, ich habe ein paar Schlaf stent. Ist dann? Das ist ein Schlaf. Das ist ein Schlaf. Das ist ein Schlaf. ... und heute Norden von Driftwood Beach. Wir haben von Stan wirklich nichts. Da haben wir irgendwas von Stan. Ja, ich weiß nicht. Sieht nicht so aus. Na dann. Ist noch alles los? Vielleicht ist das hier drin warm. Oh ja. Aber warm ist es nicht. Die Aussicht können wir nicht genießen. Oha. Ist noch sehr weiter hoch. Wenn wir hoch steigen, kann man tiefer hin. Ja, der wasch den Ding dran. Endlich da. Verhaut sich. Oha. Ist das der König oder was? Es ist langsam mit Kasteln. Dieses gesamte Kasteln ist aus Eis. Danke, dass es ein Feuer gibt. Bereit zu kreisen. Ah. Es sind speziell für kreisende Temperaturen formuliert. Er wird nicht unter Wasser schlafen. Ich bin sicher, dass es viele gibt. Dann können wir die Lampe anzünden. Was auch immer das uns bringt. Am Ende des Plankes. Meine einzige Kopie. Bitte, nicht dich zu retten. Das ist aber... Kale aber auch was. Mit dem Brrrr-Moridiano sprechen. Ich bin Guybrush Threepwood. Mighty Pirate. Grrunt. Um. Nice weather we're having. Grrunt. I see. Bermuda. Seems like a friendly place. I feel you. Ah, ja. Grrunt. 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 Grrunt 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 I� den ich Righte… Grrunt. Was wünscht ». Grrunt. 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 Grunt! 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 Erg! Ah, ja. Aber was ist mit... Erg! Erg! Grunt! Erg! Grunt! Ah, ja. Grunt! Grunt! Erg! Grunt! Erg! Fantastisch! Erg! Grunt! Grunt! Er hält sich ziemlich gut. Grunt! Grunt! Er versteht sich mit denen ziemlich. Grunt! 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 Okay. Er vergannend! Sob! Er luft!